Na, Angie? Schmeckt das? Wie jetzt sehen wir, sind die mir schon noch besser gelaunt. Versucht mir, dich nicht mehr zu fressen. Bei dir, Snow? Was wird denn das fit? Mürngrün. Petersilie und Mürngrün. Okay. Ihr habt übrigens auch ein Außengehege. Ja, durch den Blondverhang da. Oder die Etage. Ich muss da noch PVC draufkleben auf das Stück hier vorne, aber das geht schon, kann schon drauf. Und was sagt ihr dazu? Mel sagt, gehen wir nicht an Arsch, Yasura. Und du? Ja. Ja, wie? Noch irgendein Kommentar? Nee. Bei euch beiden? Auch alles fit? Aber dir, Angie, ich glaube, ich muss mal deine Haare ein bisschen kürzen. Sieht aus wie ein Wischmopp. Mit Puppe so ein bisschen. Schneide ich euch jetzt noch ein paar Zweige. Na? Na? Na, Yasura? Was ist das? Ja. Nicht fressbar. Ich auch nicht fressbar. Boah. Das hat sich bewegt. Das ist kein Kuschelkissen. Hm. Was hältst du davon? Ja. Forts ruhig fressen, ne? Und fresschig dahinter. Na? Ja. 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 Ja, ja. 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 Was hat sich da bloß angeschleppt? Nicht fressbar. Hi. Hi. Die ist nicht fett. Aber guck dir mal den Vergleich da an. Der Weiße ist der Größte. Ich wollte gerade sagen, der Weiße, der legt sich auf den Meerschweinchen und macht das Blatt. Die hier hat nur so viel wie Mjavi. Ich habe mal eine Frage, passen die auch in die Kleinkräuser rein? Ja. Der Weiße hat zwei Kilo und der ist vorne in das Meerschweinchenhaus da rein. Welches? Und das da, das kleine. Und das rechte, wo das alles schwarze drin ist? Ja. Das ist reingekommen. Ja. Und zwar ganz bequem. Oh Gott. Und jetzt ist es draußen, oder? Jetzt ist es hier. Wir haben den Ausgang noch nicht gefunden. Da guck ich jetzt, ob ich frassbar bin. Ja. Oh, die Menschen habe ich hier gefunden. Ja. Da ist das. Ja. Mag das nur einfach möhren. Kannst du das auch streichen? Ein bisschen. Mag das das? Das war ein bisschen schüchtern. Achso. Aber warte mal eine Woche oder so. Dann will ich aber streichen. Warte mal eine Woche und ein bisschen Petersilie. Das ist so. Komm schon von alleine an und schnippern an der Hand oder lecken. Das da ist ein Schlüssel. Ja. Es hat mehr Pferde als du. Ja. Schieß dir so. Ja. Ui. Alles so neu und spannend. Henji, Sanitage? Das ist ein Aufgang. Nur zu deiner Info. Ich bin mal gespannt, wann ihr den Weg nach draußen findet. Ja. Ich weiß. Die Tür muss ich nur größer schneiden. Passt du die mal rein. Vielleicht fahre ich los und hole dir noch deinen Ingwer und deine Bananen. Beziehungsweise nur den Ingwer und Bananen habe ich schon. Kannst du noch irgendwas fahren? Oder willst du mitkommen? Draußen steht ein kleines Auto. Fehlt nur noch der Motor. Dann kannst du auch einkaufen fahren. Ja. Von mir Schwein. Mach dir keine Sorgen. Der kennt Meerschweinchen. Sie weiß, dass sie nicht frissbar sind. Und wir beide da hinten. Was haltet ihr von Meerschweinchen? Von Kaninchen. Na? Noch gruselig. Wir müssen noch gar nicht einzuordnen, ne? Für mehr Schweinchen haben die zu große Ohren. Ne? Okay. Ich höre jetzt mal was zu futtern. Nächstes Wochenende seid ihr dran, Yavi und Angie. Geht's euch ans Fell? Na, da ist schon keine verfitze Stelle am Nacken. An dein Po. Ich hätte mir mehr Stroh kaufen müssen. Ja. Ja. Hop hop. Ja. Spankle!